Damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zurück zu Green Adventure, meine kleine Farm. Danke für die Pakete, ich werde sie sofort liefern. Hier ist eine Belohnung, du hast dir 40 Goldmünzen verdient. Wow. Auch hier wieder sei gesagt, bitte beachten, wenn ein Schnitt kommt oder irgendwas, dann war der Kleine gerade aktiv. Melke eine Kuh, sammle drei Eier, sammle Heime und Kraut. Okay. Oh, und wir dürfen auch wieder was anderes ernten, das ist doch schön. So. Dann machen wir das doch erstmal. So. Schön hier ernten. So, dann sammeln wir erstmal die Eier. Das ist ja das, was wir so am besten können. Eier sammeln. So. Neun Eier dürfen wir wieder sammeln. Das ist doch schon schön. Na, wohin geht es? Wohin führt uns die Reise nach B. Nach Y. Nach A. Nach X. Ach ne, Mist. Hätte jetzt gut gepasst, finde ich, oder? So. Damit haben wir alle Eier gesammelt. So, Eier sind erledigt. Das heißt, als nächstes gehen wir dann mal zur Kuh. Beziehungsweise nein, ich glaube, ich will noch gar nicht zur Kuh. Ich möchte jetzt mal was anderes, denn ich habe ja gelesen, dass im Hain das Holz wieder erscheint. Also gehen wir mal zum Holz. Ach, laufen. Beziehungsweise wartet mal. Habe ich genügend. Dann habe ich noch nicht. Dann können wir hier noch einsammeln, damit wir hier das auch noch voll kriegen. So. Ja. Oh, zwölf Stück habe ich. Das heißt also, zwei bekommt man immer raus. Das ist gut. So. Dann. Oh ja, das Holz wächst nach. Ist das schön. Ich glaube, dann haben wir es dann jetzt, ne? Ja, da ist es. Und schon habe ich automatisch die neue Axt. Hat er automatisch aufgewertet. Oh, das Hacken geht dann viel schneller. Das ist praktisch. Ne? Komm. Wir reden jetzt mal nicht über die Kollisionsabfrage, ne? So, gucken wir doch mal ganz kurz, was können wir denn jetzt als nächstes erreichen? Eine bessere Axt? Ne. Oh, Steine fehlen mir echt noch so viel. Okay. Die Shira haben wir noch nicht bekommen. Die bekommen wir wahrscheinlich dann zum Schaf. Bestätigen. Bestätigen. Nervt nicht. Äh, bravo, du hast die Fortschrittsquest der Axt abgeschlossen. Als Belohnung hast du nun eine Golden Axt, um Baumstümpfe zu ihr zu hacken. Ne, das ist doch schon mal. Ist ja nicht so, dass wir hier Baumstümpfe hätten, die wir... Aber ich bekomme da kein Holz raus. Wow. Egal, wir machen jetzt erstmal hier das Holz weg. Und ja, mit den Steinen... Keine Ahnung. Jetzt wachsen keine Steine nach. Ich brauche Steine. Wahrscheinlich bekomme ich da noch einen Steinbruch oder so. Würde ich mal sagen. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann gehen wir mal rüber. Gucken wir mal, ob wir hier noch Steinchen oder irgendwas finden. Ne, hier brauchen wir jetzt... Hier die Sachen. Ah, hier oben haben wir noch Holz. Das ist kein Feld, würde ich sagen. Also, meines Erachtens. Wenn ich mich täusche, gerne damit ab in die Kommentare. Aber wir haben jetzt hier schon Ordnung. Das ist auch gut. Zwei von zehn. Ein Sack Getreide, ja. Fünf Getreide, reicht das? Ich glaube, ich brauche zehn, ne? Ja. Ja, also... Fünf und drei fehlen mir. Drei Steine. Und fünf Samen. Und gießen muss ich auch noch. So, und das meinte ich damit nicht wundern, wenn es einen vielleicht Schnitt gibt. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach nur laufen lassen. Ich nicht gesehen habe, dass hier ein Schnitt hin muss. Oh, die Auberginen sind auch bald wieder fertig. Das ist schön. Ich sollte mir vielleicht noch ein paar mehr Auberginen holen, damit sich das mal lohnt. Ich frage es nur, wann pflanze ich die am besten ein? Das ist der Salatkopf. Habe ich hier irgendwas, was helfen könnte? Nur Dünger. Okay, nee. Habe ich nichts. Das arbeitet. Haben wir jetzt hier schon Obst oder so, was ich pflücken kann? Träucher ist nix. Bäumchen ist nix. Super. Ich finde, liebe Kuh, dass du hier alles dreckig machst. Oh, dieses Rhythmus spielen. Es ist der Hammer. Wie ich das diesmal hinkriege? Okay. Ja, das sieht doch schon besser aus. Eine glückliche Kuh ist eine gute Kuh. Und wir haben zweimal Milch bekommen. So gesehen haben wir schon mal alles richtig gemacht. Und ich habe in den einen Kommentar gesehen, ich kann die Kuh streicheln. Und ja. Ich stand aber nirgendwo. Ich habe es nirgendwo gesehen. Aber Unter bestimmten Umständen kann man sich streicheln. Bringt mir das irgendwas? Das ist ungeklärt. Und ich habe 54 Holz. Ich habe gerade. Hui. Das ist eine Menge. Holz. So, was brauchte ich jetzt? Mal nehmen die ganzen Sachen hier abgesehen. Fünf davon. Und drei davon. So, dann kann ich mich jetzt noch hier um das Gemüse kümmern. Boah. Oh man, das sind Preise. Da wird einem ja schlecht bei. Na, das brauche ich aber hier mehrmals. Oh, neun Stück kann ich kaufen. Ich habe keinen Platz in meinem Inventar. Aha, verkaufen. So. Okay. Da ich davon mehr brauche, macht das ja auch Sinn. Ja. Das packen wir dann hier hin. Weil ich hier nämlich Platz habe. Nein. Ah, finde ich nett, dass er darauf hinweist, wenn du falsch stehst. Oh, möchtest du das umgraben? Ich stelle mir ja die Frage, was die bessere Gießkanne macht. Macht die vielleicht einen größeren Bereich, oder? Macht die schneller gießen? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich sollte vielleicht da nochmal auf die Bewässerungsanlage hin sparen. So. Hier ist ganz kurz Sachen reinzahlen. So, noch irgendwas? Nein. Ja gut, ich hätte noch Essen für die Küken holen können, aber das kann ich vielleicht auch noch einen Tag später, wenn ich wieder Geld habe. Denn jetzt erstmal den Ententeich renovieren. Und wir haben glückliche Enten. Oh Mann. Du hast wirklich hart gearbeitet und es noch dazu super einfach aussehen lassen. Echt beeindruckend. Verglich mit dem Trümmerhaufen davor. Hallo, Truplay. Ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal hier war. Ich muss schon sagen, deine Arbeit hier ist echt erstaunlich. Also, und wie ich sehe, konnten dir ein paar meiner Waren ebenfalls helfen. Das freut mich. Der Teich scheint sich dank dir wieder erholt zu haben. Gute Arbeit. Es ist jetzt in viel besserem Zustand als vorher und die Enten laufen auch wieder munter herum. Sich um sie zu kümmern ist recht simpel. Denk einfach dran, immer Futter im Trog zu haben. Föner kannst du bei mir im Laden kaufen. Natürlich kannst du sie auch in deiner Küche zubereiten. Bürgermeisterin hat dir das sicher schon gesagt, aber der Förster hat mich gebeten, dich an Folgendes zu erinnern. Als der Hof verlassen war, kam er oft hierher, um die Enten zu besuchen. Die kleinen Entenküken neigen allerdings dazu, sich manchmal auf den Hof zu verirren. Schau also regelmäßig am Teich vorbei. Falls sich die Entenküken verirrt haben, wird eine Ente dich erwarten. Ja, um nach Entenküken zu suchen. Informationen darüber, wie man sie wiederfindet, lade ich auf dein Tablet. Du kannst übrigens auch jeden Tag ihre Federn ansammeln. Sie liegen auf dem Boden, um den Teich herum. Du kannst sie an mich verkaufen oder auf deinem Hof benutzen. Ich glaube, das ist alles, was du über Enten wissen musst. Wir sehen uns und kommen ruhig im Laden vorbei. Also gucken wir jetzt hier um den Teich herum. Wo finden wir hier Entenfedern? Weil ich brauche ja vier Entenfedern. Oder ich finde gar keine. Achso, jetzt haben sie gegessen. Ja. Hört man die vielleicht auch? Jetzt mal. Wir gucken auf dem Tablet. Ach, ganz unten. Manchmal gehen Entenküken auf deinem Bauernhof verloren und du musst sie finden. Nähere dich den Enten, die dich vor dem Teich erwarten und drücke A. Finde deine Entenküken auf deinem Bauernhof. Aber ich habe hier jetzt gerade keine gefunden. Also hier sehe ich jetzt erstmal gar keine. Ne. Hast du eine Ente gesehen? Ne. Nö. Keine Ente Innensicht. Ne, das ist ein Huhn. Da drin sind die Entenküken. Oh, wo ist die Ente hin? Ah, da. Hm. Ich hoffe, das zählt dazu zum Renovieren. Nö, das zählt nicht dazu. Hm. Muss das Feld da oben echt renovieren? Oh mein Gott. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen zum nächsten Tag. Zwei Aufgaben haben wir ja erledigt. Zwei Aufgaben haben wir ja erledigt. Oder zwei Pakete haben wir ja geliefert. Passt ja. Übrigens, diese Sequenz kann man nicht überspringen. Hi. Danke für die Bestellung. Äh, für die Pakete. Ich werde sie sofort liefern. Hier ist eine Belohnung, dass sie 180 Münzen verdient. Und sowas kann dann schon, ich sag jetzt mal, ich finde die Entenküken, sammle das Ei, melke eine Kuh. Erstmal sammeln wir hier zehn Stück ein. Na, sechs. Jetzt habe ich umso mehr Unkraut. Oh Mann. Egal. Unkraut ist Unkraut und ich kann daraus Dünger machen. Wir gießen hier schon mal. Okay. Also das Spiel erweitert sich von Tag zu Tag mit neuen Aufgaben. Indem man halt was freischaltet, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Vergessen? Ähm. Liegt das mittlere Feld nicht. Danke. So. Ich brauche echt eine bessere Gießkanne. Ich würde mal gucken. Ich glaube, ich muss 200 Mal gießen oder so. Um was Besseres zu bekommen. Zu bekommen. Das nochmal Unkraut. So. Machen wir das auch weg. Oh Mann. Du Kuh, du machst hier einen Mist. Das glaubt man gar nicht. Also, wir gucken, ob hier irgendwelche Früchte sind. Nee, aber es blüht schon mal. Das ist schön. Erst dann passiert da irgendwann was. Konzentrieren. Na, vielleicht sind das wieder zwei Milch. Ja, wunderbar. Zwei Milch sind besser als keine Milch. So, melke eine Kuh. Was waren die ganzen Aufgaben heute? Melke eine Kuh, Enten finden und sammle das Ei. Ah, bewässern ist auch nicht mehr viel. Na dann, dann ist ja in Ordnung. Ach, Grabe. Das brauchen wir auch noch. Ja. Alles umgraben. Noch ein Kohl. Okay. Ich trage mal jetzt mal ganz kurz hier wieder Holz. Habt ihr das jetzt gerade gesehen mit der Richtung, in welche ich geschlagen habe und wo das Holz war? Ja? Gut. Ich meine, das ist halt dann verbesserungswürdig. Liebe Entwickler. Wenn ihr das seht, seht. Da muss nochmal an der Hitbox ein bisschen gearbeitet werden. An der Kollisionsabfrage, wie auch immer. So, verkaufen. Wir verkaufen ein paar Oh, damit können wir natürlich auch gut Geld machen. Meine Pflanze schneller wachsen soll. Komm, weg damit. Eier brauche ich zur Zeit auch nicht. Gehe hier eh gleich nochmal. Ah, Milch. Brauche ich Milch? Gerade eigentlich auch nicht, ne? Das ist krass. Heu. Ich weiß, dass die das Heu woher bekommen, aber ja. Das war es dann auch. Pflanzenstärker. Das ist genauso wie Dünger, damit die Pflanze schneller wächst. Kaufen. Und dann Wassersammler. Bring diesen Wassersammler bei deinen Feldern an, um Regenwasser zu sammeln. Fülle deine Gießkern mit Wasser, um Regenwasser zu verwenden. Und dann die automatische Bewässerungsanlage. Ah, gut. Funktioniert. Toll, meine Katze dreht gerade durch. Sowas liebt man doch. So, dann bringen wir das nochmal an und schauen mal, ob uns das jetzt wirklich einen Vorteil bringt. Anbringen. Oh, du hast einen neuen Wassersammler benutzt. Damit erhältst du eine neue Wasserquelle. Er füllt sich bei Regenwasser ganz von alleine auf. Mit dem Wasser kannst du deine Gießkern auffüllen. Sollte der Wassersammler je leer sein, fülle ihn einfach mit einem Eimer auf. Eine umweltfreundliche Art, Felder mit Regenwasser zu bewässern. Ich lade die Information auf dein Tablet. Du kannst auch ein Upgrade für deinen Regensammler bei mir kaufen. Wenn du das Upgrade kaufst, erhältst du einen automatischen Sprinkler. Installiere ihn an einen Wasserverhälter auf einem deiner Felder. Das war's schon. Das Symbolsystem ist installiert. Solange dein Wassersammler Wasser hat, werden deine Felder jeden Morgen bewässert. Du brauchst also keine Gießkanne mehr. Dadurch sparst du einiges an kostbare Zeit. Such mich also demnächst im Laden, sofern du nicht schon einen gekauft hast. Keine Bange, diese Information findest du natürlich auf deinem Tablet. Das wären alle Informationen über Wassersammler und Sprinkler. Dann lass ich dich mal in Ruhe. Ich habe noch einiges im Laden zu erledigen. Wir sehen uns. Bingo, rate mal, was ich vorhabe. Anbringen. Beseitige die Steine und Raumstimpf, um anzubringen. Nein, das kann ich jetzt gerade noch nicht. Das ist ein Witz. Ach, nö. Bestein habe ich jetzt umsonst gekauft. Oh, Mann. Ach, ist das ärgerlich. Kaufen. Das kostet immer so viel, ne? Was wollte ich? Ein paar Steinchen kann ich kaufen. Ah, stopp. So wollte ich das jetzt eigentlich nicht. Das wäre jetzt auch bei einer in die Hose gegangen. Das haben wir mal für dich renoviert, damit du es hier schöner hast. Und hier wieder runterscrollen, damit wir die Nachricht wegbekommen. Und schade, dass es da nicht vorher dabei stand. Das findet man erst heraus, wenn man es einmal versucht durchzuführen, ne? Eine wichtige Nachricht. Eine wichtige Nachricht. Ich habe nichts zu essen. Okay. Hätte ich jetzt beinahe echt ganz vergessen. schnell erledigen. Den Hühnern was zu essen geben. Und die Entenküken müssen wir auch noch finden. Ähm, da. Wow. Ernsthaft? Dann sammeln wir mal Eier. Sieben Uhr heute. Oh Mann. Oh Mann. Ich hatte jetzt noch gar kein böses Ei, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Und draußen geht mir dieser Saugbläser. Ach, dieser, ähm, Laubbläser. Saugbläser. Saugen und Blasen. Hm. Äh, der Laubbläser. Nicht auf die Nerven. So. Ich finde die Küken. Drei, zwei, eins, sechs Küken finden. Eins. 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 Da ist wieder eins. Drei. Müsste echt genau hinhören. Drei. Vier. Fünf. Eins fehlt mir. Irgendwo ist es. Sechs. Und mit viel Glück sind hier drumherum jetzt noch irgendwelche Federn da. Eins. Zwei. Frosch. Froschig. Freilich. Ein freiwilliger Frosch. So. Also, hier brauche ich jetzt noch zwei Federn. Okay. So. Das auch alles wieder reinpacken. Ich habe sogar noch sieben Eier. Milch habe ich auch noch. Was brachte mir jetzt Milch, 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 Milch? Wie komme ich jetzt an meinen Inmetern am besten? Mal machen es das so. 100. Und Milch bringt. Müssen wir jetzt mal gucken. 100 im Verkauf. Und das bringt... 60. Das heißt... Willst du Naturjoghurt machen? Trinkt mehr Geld. Erheblich mehr Geld. Pflanzenstärker, ja. Ist ja auch Geld. Insofern, alles gut. Dann würde ich sagen, liebe Leute, danke fürs Einschalten. Beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter. Ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020